So. Gäste sind mein größter Schreck, denn sie gehen fast niemals hin. Und es sind viel, der hat das gern. Darum sag ich jedem Land, wenn er viel den nächsten hat, am Himmel steht der letzte Stern. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Es hat mich sehr gefreut. Rufen Sie mich wieder und grüßen Sie wieder und auch die anderen Leute. Doch wenn Sie täglich kommen mit solchen Appetits, dann bringen Sie sich selber zum Bissen etwas hin. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Es hat mich für mich gefreut. Wenn die Gäste wieder gehen, dann wird erst der Abend schön. Wer fast ein Wohlseite nimmt, denn ich speise im Verlauf die gesamten Reste auf und zähl das Silber, ob es stimmt. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Es hat mich sehr gefreut. Besuchen Sie mich wieder und grüßen Sie wieder und auch die anderen Leute. Doch wenn Sie täglich kommen mit solchen Appetit, dann bringen Sie sich selber zum Bissen etwas hin. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. So viel Glück bei den Frauen, wenn auch die anderen Leute. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, es hat mich sehr gefreut. Besuchen Sie mich wieder und grüßen Sie wieder und auf die anderen Leute. Wenn Sie täglich kommen mit solchen Appetit, dann bringen Sie sich selber zum Bissen etwas hin. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Volok, Jo. Die Küche, die ich heute überreicht habe, könnt ihr einsetzen heute Nacht, wenn es dann gar nicht mehr funktioniert. Hinterlässt auch so ein bisschen schön die Zahlen.